herzlich willkommen zurück zu brothers a tale of two sons ich verpasse immer meinen einsatz wenn so eine zähne kommt die sich selbst ständig bewegt das sieht nicht gut die zähne auch nicht nebenbei bemerkt lecker warum ist der erschossen also das waren die bösen warum ist erschossen also ich denke mal die vögel dürfen uns nicht sehen behaupte ich mal wir probieren einfach mal durchzulaufen mal gucken ob die uns angreifen hallo hey wir sind hier euer futter vielleicht dürfen wir uns doch sehen ich bin mir nicht sicher ist mir irgendwas machen wir doch mal weg da müssen wir durch ja du mich auch in er geht doch einfach dadurch ich kann nicht hoch ich kann nicht runter mal mit du musst den pfeil raus jetzt auf einmal kann ich doch oder was wollt ihr mich jetzt hier veräppeln also nach rechts geht nicht zurück geht nicht ach wir müssen den fall gar nicht wirklich ich lasse das mal so stehen können wir den als brücke benutzen was machen die mit ihren zehennägel ganz ehrlich leute wo habt ihr denn hier auch die dinger hängen das ist ja ekelhaft mensch stopp sondern schätze ja jetzt je nach rechts wäre rechts wäre so ein ding gewesen kann ich dich da Also ich müsste rüber. Nee, warte, komm mal her. Dann lass uns über das Ding hier gehen. Also du dann darüber. Reicht ja auch, wenn ich weiterkomme. Aber ich denke, du musst den wahrscheinlich runterbiegen, dass ich da drankomme oder sowas. Weißt du, dass der irgendwie nachgibt dann, weil du zu schwer bist? Was ja logisch ist, weil du bist nur halb so groß wie ich, dann ist ja logisch, dass das zu schwer für den Dings ist. Der bricht gleich ab mit dem Schweren da dran. Nee, danke. Ich bin so jung und durchtrainiert hier, ne? So, wie soll man da rankommen? Weil es auch wieder zweimal weiß. Okay, hier können wir hoch. Aber nur hier drauf anscheinend. Kann ich dich da hochwerfen vielleicht? Da. Da will ich dich hinwerfen. Hä, kannst du einfach springen? Nein! Tschüss, wir haben dich beerdigt. Oh, das haben die aber gehört jetzt. Ja, eigentlich müssen die jetzt alle hoch nach oben fliehen und dann... So hat das ja früher wirklich mal ausgesehen, ne? Die ganzen Flüsse voller Blut und so. Ich laufe die ganze Zeit mit deinem und laufe deswegen überall gegen. Toll. Achso, ja. Ich bin mir noch grad nicht sicher, ob uns das was bringt. Jetzt seh ich wieder nix. Aber man muss immer neue Wege beschreiten. Man muss einmal zurückgehen, damit man vorgehen kann. Oh, du Blödhammel. Was hat der denn da? Ist das so ein kleiner Bär? Guck mal. Warum geht das nicht? Ja, weil ich den angucken will, bevor der irgendwie runterfällt. Guck mal, ich bin mir nicht. Ist das so ein Bär oder was? Der sieht so süß aus. Ja, der hat ein Bär festgebunden auf dem Arm. Der lebt noch. Oh, der hat grad ein Bein abgetrennt. Ich glaub nicht, dass der noch lebt. Ja, der andere jetzt definitiv nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der eine noch lebt. Ey, guck mal. Der hat diese Wikinger-Dinger, die bei Valhalla an dem Dings dran waren. Oh, jetzt, nein, nein. Ah, ich hab's nur geschafft. Ein Traumfinger hängt hier. Äh, was ist das? Ja, da sind Kämpfer unten. Was zur Hölle ist das? Das sieht nicht gut aus. Nee, irgendwie. Aber die sind so groß wie wir, oder nicht? Würde ich sagen. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, das ist egal, ob die so groß sind wie wir, wenn sie uns kaputt machen wollen. Ich geh mal hier rum, da hinten ist so ein Gummijacker, ja? Alter, macht doch mal was gegen eure komischen Fußnegel. Nägel-Zeugs da. Nee, komm mal her, komm mal her. Was denn? Wir müssen da oben die Ambos abschießen, aber ich komme nicht weiter. Warum geht der nicht? Na jetzt. Bitte, ey, ich glaube, ich muss gleich einkacken hier, so wie der hier hängt. Ja, ja. Ach so, damit der Typ erschossen wird und dann nicht aus dem Weg geht. Und dann fällt er runter, genau. Kann ich das selber machen? Nicht, solange wir die spannen müssen. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen die erst mal spannen. Denke ich mal, weil die ist... Gespannt ist die ja so nach hinten, ne? Ja, ja, ja. Müssen wir den Kopf treffen, oder was? Müssen wir den Helm abschießen? Ja, mach du das. Ich will das nicht mehr. Ich bin gegen Gewalt. Boah, das ist ein richtiger Headshot, ist das. Du bist mir hier noch voll am zujubeln, oder was? Okay, ja, das war hier, ne? Was ist... Warte mal, was ist das, links? Ach, da müssen wir sowieso hin. Das sah aus wie so eine Wasserflasche, oder was? Keine Ahnung. Das ist ein Horn. Huch, ruft der Riesen. Du hast ein riesiges Horn ertönen lassen. Oh, cool. Kannst du da auch was mit machen? Aber es ist wahrscheinlich nur einmal die Errungenschaft, oder? Ja, das ist ja nur deine. Die kriege ich ja alle nicht. Trotzdem, meine ist die bestimmt cool aus. Ach, du kannst das gar nicht. Ich kann nicht wussten. Können wir das zusammen machen? Nee, ne? Geh weg. Ja, da kann ja nur einer reinpüßen. Aber dann müssen wir auch gar nicht hier rum, dann müssen wir... Was, wie, was? Was hast du gesagt? Nix. Scheiß Brüder, oder was? Scheiß Brüder. Also, du kriegst hier gleich eine schallende Ohrfeige, du. Kommt du mir mal nach Hause. Fress mich ja nicht, ich bin viel zu flink für dich. Nicht mehr lange, ne? Dann bist du wieder hier. Und dann? Kriegst du erst mal eine von mir gescheppert hier. Ich griße mich auch nicht. Äh, ich komm nicht hier runter da. Nein, spring einfach, du Blödhammel. Oh, da kommt Blut, das ist ein Blut, guck mal. Das ist ein Blutritual. Naja, okay, da ist halt einer gestorben, ne? Das haben sie sich jetzt vielleicht zunutze gemacht. Aber die Frage ist nur, können wir jetzt einfach hier runterspringen, das Blut rein, oder? Sind wir wahrscheinlich tot, oder? Links ist Wasser. Ist hier noch irgendwas? Ein anderer Weg vielleicht? Hier geht's weiter. Da drüben. Das ist so eine Kante. Guck mal hier. Hier. Der rutscht doch runter, oder? Das ist ein Weg. Das ist auch kein Weg, das ist unterhalb des Blutes. Ich seh mich nicht mehr, Hilfe. Ich bin jetzt ganz rot. Ach, wir sind gleich inkognito. Guck mal, wir gehören jetzt zu der roten Zora. Wir gehören zu der roten Zora. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Lied ging. Wo ist das? Aha, klopf auf. Was ist denn das? Kupfer, oder so, wahrscheinlich, ne? Die haben doch immer so Kupfer, äh, Dinge gehabt, oder? Oh, nein! Nein! So sind wir noch nicht mehr inkognito. Ach, schöne Scheiße. Jetzt hab ich gedacht, jetzt wird das einfach werden hier. Gesundheit. Wer ist die? Oh, wir müssen die beschützen. Die sieht hübsch aus. Wir befreien müssen die. Aber die hat so ein lautes Organ. Lass sie lieber hängen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben doch gerade schon einen Hinweis bekommen, oder? Können wir hier nochmal zurück? Da wird's aber abgewaschen, oder? Das Blut hier war das... Okay. Haben wir hier irgendwo vielleicht noch was, dass wir hier so... Hallo. Kannst du dich auch mal bewegen, damit ich mich auch bewegen kann? Ich glaub, der EP ist wieder aus dem Internet geflogen. Nein, ich bin da. Ach, aber ich kann nicht auf das Ding. Warum geht das nicht bei mir? Also jetzt. Weil... Ich hab's so im Gefühl, weil wir ja schon so rot waren, dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir... Aber hier ist nix, oder? Warte mal, du, wir kommen hier rein. Guck mal, duschen! Duschen! Yay! Hä? Wieso muss... Wieso kann ich nicht da hoch? Ah, jetzt. Jetzt bin ich rot. Okay. Aber warum kann ich nicht hier hoch machen? Guck mal, wir machen... Guck mal her, du kleiner, roter Teufel, du. Ach so! Hä? Ist das auch ne Logenschacht? Müssen wir... Ach, wir müssen so hochkommen! Ah! Ne, ne, das glaub ich nicht. Ich glaub eher, dass wir dadurch weiterkommen. Komm nicht, dass du da hingehen sollst. Weil wir seht... Doch, wir sehen so aus wie die Statue. Aber ich weiß nicht, was uns das bringt. Wir sind böse! Wir sind ein Dämon! Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht sehen die uns so nicht. Dann gehen wir einfach... Preise den Blutdämonen! Haut ab hier! Wir müssen auf die andere Seite. Glaub ich. Wir müssen auf da oben, oder? Die Weichen zurück? Ah! Kannst du da irgendwas machen? Ach so, geht automatisch. Nicht essen! Nein! Jetzt müssen wir noch abhauen, oder was? Lauf! Lauf! Meiner ist nicht so schnell. Hilfe! Lauf! Lauf! Oh Gott! Hallo? Fälle Spiel! Wenn wir einmal einen kurzen Schluck trinken, und schon geht die Zähne hier vorbei. Die macht hier so einen Stress da, die hat seilig. Ja, die weiß wahrscheinlich genau, wie wir wegkommen, weil ich denke mal, die wird auf diesen Weg hergekommen sein, oder? Ah, ein Boot! Araba! Arriba la Rasa! Geh uns zu dem Baum, Alte! Ich glaube, der ist deinem Boot drin. Warum? Na gut, geh mal ins Boot. Na komm. Geht nicht. Ich kann nicht ins Boot. Ja, jetzt. Heiho, 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 wir paddeln uns jetzt froh. Du musst ein wenig nach links paddeln. Was machst du denn? Du musst nach oben drücken. Achtung, da ist Eis in der Mitte. Ja. Oh, Hallöchen! Was für eine Aussicht hier. Hallo, wir sind zwei Puppertieren. Jungs, so geht das nicht? Du musst paddeln. Ja, der macht hier nix. Hallo? Na jetzt, du musst aber, jetzt auch nochmal. Oh, oh, was ist das? Hallo, du, du. Wenn ich in das Blut. Ja, der muss paddeln. Ich paddeln doch. Nicht du paddeln. Ja, du musst dich schon drehen. Das reicht nicht, wenn du mal wieder Pause machst. Jetzt kannst du... Ja, jetzt müssten wir zusammen, aber du paddelnst nicht. Wenn man doch gerade auswollen, musst du mitmachen. Oh Gott. Warum erinnert mich das jetzt an die Titanic? Weiß ich nicht. Ähm, da ist es, glaube ich, egal, ob wir rechts oder links gehen, oder? Oh, oh. Komm, sehen wir uns da. So eine Zwischensequenz in O. Ach, äh. Bedeutet nicht, es ist gut. Ja, genau. Mal eben eine Anspielung auf dem Orca, oder was? Ja, dann ist er bestimmt lieb. Dann können wir weiter paddeln. Komm. Komm, paddel endlich. Sonst sind wir rechts gleich dort ran. Ja. Ja, dann mach. Ich befürchte nur irgendwie, wir müssen dem ausweichen. Du musst aufhören. Ja, muss schon ein bisschen paddeln. Da kommt er. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alter, ernsthaft? Der lässt uns ja gar nicht mehr vorbei. Komm, jetzt paddel doch mal, Junge. Oder müssen wir da extra nach rechts? Nee. Das ist random, ne? Paddel doch mit. Ich paddel die ganze Zeit, aber du machst nichts. Deswegen knallen wir gleich nach rechts. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie stecken bleiben. Ich hab's nicht sagen sollen, oder? Ja, du provozierst ja sowas immer gerne. Ja, ja. Wieso ist das so unscharf? Hallo, wieso paddelt der nicht mehr? Alter, jetzt musst du paddeln. Ah, jetzt genau. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt nicht das Ganze unter uns, aber das ist nur dunkel. Wir waren links jetzt gerade am Schreuen. Paddel um dein Leben. Ja, da müssen wir hin. Na, komm, komm, komm. Oh komm, das schaffen wir doch noch. Hallo? Nur ein Stückchen, komm. Okay. Oh Gott. Ach so, die zieht uns erst mal rein. Boah, hier kann man gar nicht laufen. Alter, ernsthaft? Oh, Leute, Leute, Leute. Nein, du sollst doch rechts gehen. Warum gehst du jetzt noch links? Weil der gar nicht geht, sondern nur rutscht. Ah, je, je. Wieso kann die das so schnell machen? Die hat besseres Schuhwerk. Die hat bestimmt Stöckelschuhe an oder so. Was, was wird das rechts? Kommen wir da noch hin? Ich glaube, ich habe gerade eine kleine Schildkröte hier rechts oben. Da ist sie doch, guck mal. Nee, die ist groß. Ich habe hier, warte mal. Komm mal, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich habe hier gerade eh... Da, guck mal. Die habe ich gerade gesehen. Hallo? Oh, ich gehe hier einsammeln. Und dann? Äh... Warte mal, zu der Mama bringen, oder? Wollen wir da hoch? Können wir die werfen? Geh mal hier rum. Vielleicht können wir hier rumgehen. Ich habe hier unten, hatte ich nämlich eben eine gesehen. Es sind bestimmt die, die jetzt hier... Äh, die ganzen... Ach, die hier habe ich gesehen. Guck mal. Ach, können wir hier rum? Kommen wir da hin zu der... Oder müssen wir die reinwerfen? Lass mal los. Jetzt rutsch schon. Ach so. Ich bin wieder mit deinen noch spiel. Wuii. Es kommt doch bestimmt eine Sequenz, oder? Wenn wir die alle haben. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Zwei. Aller guten Dinge sind drei vielleicht. Oder auch fünf. Vielleicht auch zehn. Aber das wäre ein bisschen... Ach, da oben. Ach, hier. Hier, ja, ja, hier. Ach so, wirkt die voll riesig irgendwie. Kannst du die da runter stubsen irgendwie? Weil das ist ja hier so... Ich kenne ja nicht mit... Nein! Aber warum rutscht der runter? Komm mal hoch. Hast du die angefasst? Also mit der Taste, oder? Ja, wollte ich, aber ging nicht. Dachte, ich könnte sie anschubsen, aber... Aber ich komm... Warte mal, oder komm ich hier hoch? Nee. Der geht ja immer noch da. Alter! Ah, jetzt. Ah, okay. Geh schon mal. Bum. Ames Kleines. Ja, geh einfach weg, genau. Geh einfach weg, wenn du das an... Ja, oder zeig einfach in der Gegend rum. Kein Thema. Ich habe jetzt dreimal von oben gegen die Schildkröte gedrückt, aber nein. Er will nicht. Na gut. So. Mama, sag uns bitte, wie viele hast du noch? Und wo sind die alle? Das wäre vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Vielleicht hast du drei, weil vom Platz her würde ich sagen, sind es drei. Oh. Schildkrötensuppe. Du hast den Schildkröten geholfen, ins Meer zu springen. Ah. Oh. Ah, guck mal. Hier, happy. Oh, sie hat sich bedankt. Sie hat sich bedankt. Oh, ist ja schön. Aber jetzt habe ich mir voll den Finger angestoßen gerade. Ich wollte doch nur mein Handgelenk ein bisschen drehen. Und hier das Ding mal reinschieben. Also, da müssen wir rum, genau. Oh, ey. Die ist da so rumgelaufen. Ja, das sind so Sachen, die echt ein bisschen nervig sind manchmal. Ja, komm, jetzt lass doch mal los. Du brauchst doch jetzt nicht die ganze Strecke hier. Die ist bestimmt wieder oben, oder? So, jetzt geht er hoch. Läufst du jetzt irgendwie mit uns zu dir nach Hause? Wird das jetzt hier eine perverse Party oder sowas? Oh, die sind alle eingefroren, ja. Was müssen wir denn? Müssen wir irgendwas mit dem Baum machen? Was, was, was? Ja, wir müssen auf die andere Seite. Red du mal mit ihr. Vielleicht machst du wieder irgendeinen doofen Scherz. Ich wieder, ja. Da siehst du wie, jetzt mach hin, Kleiner. Kann ich dir da hochhelfen? Nee, ne, weil dann quatscht die immer mit mir, wenn ich jetzt hier stehe, ne? Oder sie redet gar nicht erst mit mir. Nee, dann lass uns mal hier oben gucken. Wird er vielleicht irgendwas machen können? Steht die halt doofen? Ach, hier, nee, wir müssen sägen. Und zu dir, zu mir. Zu dir, zu mir. Und heiho, heiho, wir sägen uns jetzt ruhig. Ich kann nicht mehr pfeifen, wenn ich krank bin. Wie lange geht das? Ja, wir sägen euch durch. Ah, ich seh schon die... Noch ein bisschen. ...Zähne, wollte ich gerade sagen. Hä? Ich glaub, das war falsch. Lass uns die mal mitnehmen. Also, wir nimmst die... Genau, wir müssen runter. Aber ist da oben... Warte mal ganz kurz. Kann man da oben hochgehen? Nein, die... Ja, jetzt komm doch hin. Ja, nicht, dass wir da irgendwas übersehen oder so. Ja, dann geh da gleich nochmal hin. Wir müssen erst mal das Ding hier absägen. Damit die Olle erst mal weg ist, meinst du? Boah, die lässt mich da nicht durch. Was willst du mich jetzt hier... Aber wir sägen so, dass es auf die drauf fällt. Ja, genau. Geil, ja? Okay, erst nach rechts hat sie gesagt. Haben wir doch schon. Stell dich nur ein bisschen näher an, dann können wir dann Röckchen auch mit zur sägen. Die Beine auch. Ey, weißt du, die sind hier voll Kommandos angeben. Ihr müsst nach rechts sägen und nach links sägen. Seid nicht so schlaffis. Jetzt macht schon, können wir nach rechts sägen und nach links sägen. Alter, was ist das für ein... Ich komm ja nicht mehr raus. Hallo, ich kann mich nicht mehr bewegen. Vielen Dank dafür. Nee, ich back jetzt hoffentlich nicht wirklich, oder? Du backst im Start... Oh nee, komm, komm, komm. Versuch mal hier drauf zu gehen. Kann ich nicht. Ich kann mich gar nicht bewegen gerade. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja gut, von da hinten kann ich mich eh nicht bewegen, weil der... Wahrscheinlich durch das Weglaufen ist das jetzt verpackt, nehme ich mal an. Weil ich dann mich nicht bewegen konnte in dem Moment und dementsprechend jetzt hier drin bagge. Ne. Zeigt die mir auch noch einen Vogel hier. Geh mal weiter, aber kannst du nicht, oder? Nee, ich glaub, irgendwann ist es Feierabend. Hier ist Ende. Na geil. Noch nix. Ja, ich kann... Ich kann halt vom Speicherpunkt neu starten. Ich hab... Gehst du mal hier raus? Ich hab aber keine Ahnung, wo der ist. Ja, du kommst ja nicht weg. Achso, das ist zum Drehen. Oh Leute, ist das euer Ernst? Ey, ich hab's im Gefühl, dass wir nicht mehr so lange haben. Und was ist jetzt? Soll ich mal vom Speicherpunkt neu starten am besten? Ja, geht ja nicht. Na gut, okay, wenigstens vor dem Segen. Oh nein! Mal in etwas. Können wir die nicht eventuell direkt mitnehmen? Ne, ne? Nein, das ist ja der Versuch erstmal zum Segen, damit man weiß, wie das geht. Ja, ich drück zu dir und der geht zu mir. Was ist das denn? Ah, je, je, je. Das ist doch ätzend. Ich mein, das ist gut, dass hier wenigstens ein Speicherpunkt ist. Das Problem ist nur, ich pack da jetzt wieder rein, wenn ich jetzt da auf der Seite stehe und so. Ja, vielleicht sollten wir... Nimm doch das Ding jetzt mal, Mann. Vielleicht sollten wir uns anders positionieren irgendwie. Ich weiß nicht, ob das geht überhaupt. Ja, muss ja eigentlich. Ich mein, es gibt bestimmt genug Leute, die das... Wie macht die denn da? Dreh dich mal. Dreh dich mal. Ach, ich soll jetzt da reinbacken, was? Ne, ich will nur mal... So kann ich sehen... So standen wir nicht eben, oder? Nicht zu nah an den Stein ran. Ja, aber der geht automatisch... Ja, aber der hat das automatisch... Die geht ja automatisch da rein. Hallo, wieso kann ich ihn nicht bewegen? Lass das Ding mal direkt los, sobald der Baum Anstalten macht zu fallen. Und dann renn mal direkt da raus. Vielleicht liegt es doch nur an meinem, dass der da backt, keine Ahnung. Lauf, 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 lauf. Aber ich wollte hier oben nochmal gucken, bevor die jetzt... Dreh dich mal krabbeln! Hör mal, ist das... Hast du das gesehen? Ja, 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 hab ich gesehen. Alter, ist das ein Alien, oder was? Hier liegt ne Kette noch rum, und hier ist auch irgendwas. Ja, hier wolltest du eben nicht gucken. Hier wollte ich ja mal hoch. Ah, guck mal. Da kann man sich doch sicher alles angucken. Ja, vielleicht sehen wir die... Ja, 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 wir sehen da unten nochmal so ein Fisch... Fischmutation, keine Ahnung. Die Orca-Mutation, ja. Okay, das war jetzt nicht viel, aber wir wissen jetzt zumindest, was hier oben ist. Meine Neugierde ist erstmal befriedigt, so. Da hättest du ja auch alle auftauen können, das war auch noch nicht schon noch. Wahrscheinlich hat das Spiel einfach nur gesagt, so, nee. Okay, der Alte will nicht, dass die da mal eben guckt. Und deswegen lasse ich die jetzt einfach da reinbacken. Und dann müssen die alles nochmal von vorne machen. Dann gehen die automatisch oben, gehen die da mal gucken, in der Zeit. Jetzt hab ich irgendwas auf dem Auge. Warte, ich muss mal eben... Irgendwas liegt mir hier gerade auf der Wimper... Äh, auf der Wimper drauf, genau. Auf meinen Augen, äh, Dings drauf. Geil, ja? Hä? Kannst du doch Deutsch reden? Ich meine, da verstehen wir wenigstens, was du willst. Sollen wir das da durchdonnern, oder was? Oh ja, anscheinend, ja. Ja, wahrscheinlich, da will ich die Tür aufmachen. Hä? Achso, müssen wir das erst wegmachen? Und dann den Hebel, oder was? Nee, da ist ein Hebel. Der ist aber irgendwie eingefroren. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Macht die das jetzt? Die rannte da jetzt gerade so hin? Achso! Dein Ernst jetzt? Tschüss! Die macht jetzt auf. Achso, ja, stimmt. Ich glaub, ja, ne? Die macht jetzt auf. Ja, ja, die macht da auf, ja. Nee, die macht dich auf. Du musst mir auch hinbewerfen. Achso, stimmt, auf der anderen Seite ist noch eins. Auf der rechten Seite. Da will ich dich wahrscheinlich... Oder müssen... Warte mal, müssen wir das drehen vorher? Probier mal. Nee, nee, er macht selber auf. Nee, geht automatisch, okay. Warum bin ich eigentlich immer derjenige, wo das nicht geht? Kommst du endlich mal? Hallo? Na, na, na. Oh, oh. Doppel-oh, oh. Was ist das denn? Die Bestie vom Niedertal. Oh, der ist sogar unsichtbar. Der ist unsichtbar. Alter, ist das dein Ernst? Ähm. Ja, viel Spaß dann. Ich geh da mal wieder den Weg zurück. Wurste nicht. Oh mein Gott. Kann die jetzt mal laufen, Mann? Die steht mir ja ständig im Weg rum. Ja, toll, dass der auf der anderen Seite ist. Wieso kann ich hier nicht an der Kette hoch? Weil der da hoch will, oder was? Okay, ich schätze mal, ich muss jetzt zu dir, oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wir könnten mal probieren, das hier aufzumachen, weil da hinten sind lauter... Kommt die jetzt mit... Dein Ernst jetzt? Ey, was ist das hier für so eine Samurai-Kriegerin? Alter. Ist das nicht gerade eine Errungenschaft wirklich? Nö. Wieso soll ich eine Errungenschaft kriegen, wenn die da so drüber springen? Oh. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Guck mal. Ne, du musst dich verstecken, genau. Versteckt euch. Jetzt mach es, Mädels, sonst bist du tot. Alter, das ist dein Ernst. Du Scheiße. Komm mit. Mach leise. Leise brauchst du nicht, äh. Auf eine ganz unheimliche Weise. Wir müssen da runter. Ach so, wir müssen springen. Oh, na. Ne, sie springt. Toll, dass man auch mal was sieht hier. Alter! Zeig doch nicht immer da. 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 Da, da, da. Oh, da ist schon wieder sowas. Direkt hinlaufen und verstecken. Oh. Oh. Ich frage mich nur, der macht alles kaputt, ne? Aber wieso macht er diese Figürchen nicht kaputt? Ich hab nichts gesagt. Ich glaub, der hat jetzt einen eis am Stiel gelutscht, gerade mitzunehmen. Ich hab absolut nichts gesagt. Lauf einfach, vielleicht können wir das noch überleben. Hallo, ist da jemand im Brunnen? Ach, da. Ne, nicht wieder. Da, lass es sein. Lass es eigentlich sein. Ich bin safe. Oh, ja. Oder auch nicht. Kommt der nicht durch, oder? Alles klar. Nein, aber der kann das Haus wegziehen. Lauf! Wieso hat der das Haus weggeholt? Lauf, lauf nach links. Ich bin schneller als so, deswegen muss ich schneller laufen. Lauf einfach, lauf. Alter. Aber schön zensiert, also. Auf eine intelligente Art und Weise, irgendwie. Du bist mein Held. Ich dachte, die knutschen jetzt ab hier. Ihr seid ekelhaft. Könnt ihr das später verschieben, hier? Aber der Troll. Diese Kackbrüder. Sie hat mich abgeknutscht. Hast du das gesehen? Nein. Kann ich lass uns weitergehen? Ich fühle mich gerade, als ob ich unter Drogen stehe. Oh Gott. Oh, guck mal. Sieht schön aus. Lauf weiter, auch wenn es schön aussieht. Aurora. Wie ist denn Scha noch mal? So wie so der stillen Aurora oder sowas? Ja, aber bei Indiana Jones ist eigentlich der Stein auf die zu, äh, gerührt. Wir sollten darum gehen, wo der tote Troll ist. Nein, wir sollen durch die Höhle. Lass uns durch die Höhle gehen. Ich will aber da hingehen, wo der tote Troll ist. Aber irgendwas stimmt mit der nicht, mit dem Mädel. Die hat mir zu viel Kraft und so. Naja, das ist, das ist, entweder ist das blöd gemacht. Kann natürlich auch sein. Pass auf, die beißt dich gleich von hinten. Oh, was ist das? Oh oh. Warte, ich gucke mal was langsamer. Das sieht irgendwie ekel hier aus. Ja, so Alien-mäßig irgendwie. Aber das sind wahrscheinlich die Wurzeln. Aber die haben sich ja eben bewegt, deswegen... Bin ich hier ein bisschen... Äh, ich sag doch Alien-mäßig. Guck mal nach unten. Hampti-dampti ist da. Ich sag doch, die ist komisch. Jetzt müssen wir ja auch noch einen auf Exorzisten machen, oder was? Da ja, klar. Soll als Weihnachtskugel dekoriert werden. Da, sie hat dich verarscht. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Oh mein Gott, Bruder, du hast recht. Was? Scheiß Weiber. So, ich hab verstanden, weil ich so geil war. Weil ich so geil war. Wir müssen auf jeden Fall die Kugel bewegen. So viel ist klar. Aber wohin genau? So. Also dadurch wird hier anscheinend länger. Oh. Run, Baby, run. Junge, der ist halt egal, ob du dich verknallt hast. Reiß dir das Ding ab. Komm, Knutchen. Du musst mich befreien. Hilfe. Du musst mich retten. Ich werde sowas von verrecken. Der ist ja die ganze Zeit um das Viech am rumtanzen, statt dagegen zu knallen. Gehe Ahnung, was du da machen sollst. Das bringt es ja irgendwo nicht hier gerade. Oder warte mal, muss ich... Nee, drücken kann ich nicht. Ich kann gar nichts machen gerade. Ja, treff dich bloß nicht. Kann man... Kannst du damit springen? Auf die von oben drauf springen vielleicht? Da auf diesen... Mit diesen Netzen irgendwie? Weißt du, wie ich das meine? Du musst mal die Taste drücken, wenn du auf dem weißen Netz vorne drauf bist. Ich kann hier raus. Ich kann hier raus. Danke, dann bin ich am verrecken. Vielen Dank. Hä? Okay, ich bin am verrecken. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was man da machen soll. Hä? So. Wie kann man das nicht überspringen? Drück doch mal irgendwas. Ja, ich kann hier nichts drücken. Hier ist nichts zum Überspringen. Sonst mach einfach mal weiter, dass du immer einfach gegen die rollst. Ja, das habe ich aber gerade permanent gemacht. Ja, mach es trotzdem mal weiter. Nein, ich glaube, man muss noch vermuten. Wenn du nicht aus mich hörst, dann kann ich auch nicht helfen. Ja, das bringt überhaupt nichts. Na, na, bin frei. Hilfe. Was man nicht, wo ich hin muss. Da? Nee. Muss man das dreimal machen, muss ich irgendwas mit ihr machen? Äh, das wollte ich nicht machen, aber okay. Kannst du nochmal auf sie drauf irgendwie vielleicht? Ich komme nämlich nicht raus. Es wirkt aber jetzt gerade nichts. Ich kenne, kannst du hier das Ding kaputt machen vielleicht so? Kommst du nicht hoch, oder? Oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuke. Okay. Also hier oben kommen die nicht rein. Ach. Ah, ich musste an dem A. I. Ich musste an dem A. Ah, ii. Okay, so halbwegs haben wir jetzt verstanden, wie es geht. Wir müssen Madame entbeinen. Hilfe. Und du brauchst genug Schwung, so wie es aussieht. Mhm. Deswegen hat es auch beim ersten Mal nicht geklappt. Das ist ekelhaft. Wollte ich mir mal erwähnt haben. Außerdem ist das Tier quälerei. Du kannst doch nicht einfach den Arm, den Arm, weißt du, es ist wie, wie diese, was mein Vater in seiner Kindheit mal gemacht hat. Hier, Hilfe. Ähm. Die Ameisen zu brutzeln müssen. Ich krieg den Schwung nicht. Den Schwung hast du. Du triffst ihn nicht. Mann. Boah. Ähm. Hä? Ich war anscheinend so. Wieso sind wir jetzt gestorben? Och, ich hab keine Lust mehr, ey. Boah, das ist doch ätzend, ey. Wieso kann man das nicht überspringen, diese Sekunden? Was war denn das jetzt für ein Scheißblock gerade? Gedrückt. Für mich ist das auch nicht einfach. Ich würd gern mal den Antiefenteil machen. Ja, du kannst gerne machen. Bin ja immer derjenige, der angegriffen wird. Ja, was ist jetzt los? Hilfe, rechts Lims. Tschüss. Nein, du kriegst mich nicht. Na gut. Na, geh doch nicht hier hin. Och Mann, warum machst du das jetzt? Ja, letztes Mal hat sie mich nicht gekriegt, weil du gegen die gebrettert bist. Nein, ich hab mich extra hierhin positioniert, dass ich schon den Schwung habe. Kann ich den Position nicht mehr haben hier. Scheiße. Na, keine Ahnung. Ja, das geht nicht mehr. Das ist ja totaler Scheiß. Okay, sie können auf jeden Fall nicht mehr laufen, richtig? Kannst du die nochmal umhauen, irgendwie? Wann muss ich da hinten? Wann muss ich da hinten? Noch mal. Ja, und ich treffe sie nicht. Und natürlich bin ich wieder derjenige, der dran glauben soll. Abonnieren.